Im Bereich der digitalen Forensik müssen unter anderem Datenträger vor der eigentlichen Analyse gesichert und eine Kopie angefertigt werden. Nach einer Hausdurchsuchung muss zum Beispiel von einem beschlagnahmten Gerät, dem Asservat, ein Zustand gesichert werden, der spätere, freiwillige oder unfreiwillige Manipulationen erkennbar macht, um den Gegenstand vor Gericht als Beweismittel nicht unbrauchbar zu machen. Um zum Beispiel Dateien auf einem Gerät mit einem fälschungssicheren Fingerabdruck zu versehen, kann man eine sogenannte Checksumme berechnen. Mit einer solchen Checksumme ist es möglich, die Integrität einer Datei nachzuweisen, das heißt Fremdeinwirkungen von außen auszuschließen. Die Integrität ist übrigens eines der drei bekannten Schutzziele der Informationssicherheit, Stichwort CIA-Triade. Checksumme findest du beispielsweise auf Webseiten zum Download bestimmter Software. Wenn du dir zum Beispiel eine Kalle Linux ISO herunterlädst, möchtest du nicht, dass auf dem Weg vom Web-Server zu dir eine Manipulation stattfindet, die einen Schaden auf deinem PC verursacht. Nach dem Download kannst du für die ISO-Datei mit dem Python-Programm, das wir in diesem Video gemeinsam schreiben, die Checksumme dieser Datei berechnen und mit dem online zur Verfügung gestellten Wert vergleichen. Sind sie gleich, dann ist die Datei nicht manipuliert oder beschädigt worden. Falls doch, wurde sie auf dem Weg vom Server zu dir, absichtlich oder unabsichtlich, zum Beispiel durch einen Fehler beim Download, verändert. Eine Möglichkeit, um solche Checksummen von Dateien zu berechnen, bieten Hash-Funktionen, die du bereits aus dem Kontext der IT-Sicherheit kennst. Dort nutzt man solche mathematischen Einweg-Funktionen dazu, um Passwörter in einen Zustand zu bringen, in dem man sie sicher in einer Datenbank speichern kann, nämlich in Form eines kryptischen Werts wie diesen hier. Hash-Funktionen sind mathematische Einweg-Funktionen, das heißt man kann f von x gleich y sehr schnell berechnen, während man aus dem y das dazugehörige x quasi nicht berechnen kann, zumindest in der Praxis. In der Theorie ist das sehr wohl möglich, dauert aber sehr, sehr, sehr lange. Hash-Funktionen müssen bei gleicher Eingabe stets dasselbe Ergebnis liefern und Hash-Kollision, also dass zwei verschiedene x-Werte denselben Hash-Wert y ergeben, sollte möglichst nicht auftreten. Zudem sollte man aufgrund des Hash-Werts nicht auf das ursprüngliche x schließen oder Gesetzmäßigkeiten erkennen können. Nehmen wir als Beispiel mal einen Hash-Wert für das Passwort abc123. Dieser sieht zum Beispiel so aus. Ändern wir nur den Kleinbuchstaben a zu einem Großbuchstaben, dann erhalten wir ein völlig anderes Ergebnis, das dem ursprünglichen Ergebnis überhaupt nicht ähnelt. Diese Eigenschaft sorgt dafür, dass man zum Beispiel eine Datei nicht punktuell so manipulieren kann, dass am Ende wieder derselbe Hash-Wert herauskommt. Eine wichtige Eigenschaft bei der bereits angesprochenen Beweissicherung. Bekannte Hash-Algorithmen sind MD5, SHA1 und SHA256, wobei von den hier genannten SHA256 der sicherste ist. Es gibt noch zahlreiche weitere, auch sicherere Hash-Algorithmen, die an dieser Stelle aber erstmal nicht relevant sind. Wichtig ist, dass du verstehst, wie man diese Funktionen dazu nutzen kann, um eine Datei fälschungssicher zu machen. Hierfür berechnest du einfach den Hash-Wert über die Datei, die du sichern möchtest. Dazu schreiben wir uns ein kleines Python-Skript. Zuerst importieren wir die Bibliothek Hash-Lib, die uns eine ganze Sammlung an Hash-Funktionen zur Verfügung stellt. Wir definieren uns eine Funktion, CalculateChecksum, die als Übergabe-Parameter den Pfad zu einer Datei erhält, von der du die Checksumme berechnen willst. Anschließend öffnest du die Datei im Read-Byte-Modus. Du liest durch den Aufruf der Methode Read auf unserem File-Handle die Bytes ein. Anschließend rufen wir auf Hash-Lib zum Beispiel die Funktion MD5 auf, um einen MD5-Hash berechnen zu können. Diese übergeben wir die zuvor ausgelesenen Bytes. Darauf rufen wir dann die Funktion Hex-Digest auf, die uns eine menschenlesbare Form des Hash-Werts als Hextring übergibt. Diesen können wir mit der Funktion Upper in Großbuchstaben umwandeln. Das ist aber kein Muss. Den Wert geben wir am Schluss einfach zurück. So, und das war es bereits. Zum Testen verwenden wir einfach mal das PDF auf meiner Webseite mit den Forstformeln für die Fahrschule. Dort siehst du einen SHA-1-Hash statt eines MD5-Hashes. Du kannst neben MD5 natürlich auch die Funktionen SHA-1, SHA-256 und was dir sonst noch so einfällt verwenden. Nach dem Download der Datei rufst du einfach die Funktion Calculate Checksum auf und übergibst dir den Pfad zur Datei. Das Ergebnis drücken wir mit Print auf die Konsole. Als kleine Übungsaufgabe kannst du mal versuchen mit dem Wissen aus diesem Video ein Programm zu schreiben, das für alle Dateien auf einer Festplatte den Hash-Wert berechnet und sicher speichert. Vielen Dank fürs Zusehen. Solltest du weitere Fragen haben, kannst du sie gerne unten in den Kommentaren posten. Bis zum nächsten Video.